Willkommen zu einem neuen Folge Hearthstone hier auf Warcraft und heute mit dem Addon Goblin Faust Gnome und mit unserem Eismann. Hallo Eismann. Ja hallo Stefan. Ja ich habe gehört du hast schon ein richtiges Goblin Gnome Deck zusammengestellt. Weiß ich noch nicht, das wird sich zeigen. Genau, ich werde auch mal eins testen. Ich weiß schon nicht mehr wo ich die Karte jetzt hatte, wo ich die zeigen wollte. Ich habe es komplett neu gemacht. Ich habe glaube ich ein 4 Decks, die ich modifiziert habe. Ich habe noch nicht alle Booster geöffnet, aber mal schauen. Ich bin da auch gespannt, weil es ist natürlich schon was anderes, wenn man gegen diese neuen Karten spielen muss. Klar, man weiß selber nicht wie sie funktionieren so 100%ig im Moment. Problem ja. Ich frage mich wie man sie dann sieht, die Kombination ist halt das Ding. Ja ich glaube ich behalte das mal so. Ich habe nur für einzelne Karten bei mir eingefügt, dann mal scheinen ob die was bringen. Wahrscheinlich gegen die neuen Karten überhaupt nichts. Ich muss erst mal genau lesen. Ja es kommt dazu, die ganzen Effekte und so. Ich bin bereit. Äh, wann kiekst du das? Nichts, Autodeschrechel, okay. Ähm, ähm. Was wird mit dem Tekawa? So die Zeitzeige. Ich heils gar nicht, was denn ein Ersatzteil ist. Ist das eine Mechel oder was? Ne, ein Sauber. Achso. War jetzt auch doof gespielt. War auch doof gespielt jetzt. Na gut, im Moment ist das nicht schlecht, also ich hab Scharen, du noch nix. Für Gnomeregar! Anstuungssportkarte, was sind das für Karten, ey? Ja, genau, tödlicher Stoß, was sind das für Karte, ey? Daxes. Von hinten, leise! Wie übel. Ja, aber der Stoß kann auch, wenn ich es richtig lässt, auch nach hinten losgehen. Ach, einen anderen Feind, okay. Ja, nur du kannst auch, wenn du mich angreifen willst, vielleicht auch nur ein Monster treffen und umgekehrt. Du machst mir jetzt grad bisschen Probleme, weißt du das? Ist doch schön, das freut mich doch. Sie werden nicht wissen, wie... Die Karte dachte ich halt aus dem Deck rausgenommen zu haben. Ich hoffe jetzt, dass ich die andere Karte reingetan hab. Oh, jetzt würde ich so gerne die Karte spielen, aber ich muss die andere Karte jetzt wegbringen. Okay. Das war's. Mit der Karte wird unser Schwaben-Boy sein Mund erleben. Sofern ich so lange überlebe, ist das andere dann wieder. Was? 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 Ich finde das lustig. Boah, das ist so... Das war's. Okay, das ist böse. Ich bin gespannt, wenn du nicht diehst. Ah, okay. Das ist echt böse. Die hab ich nicht. Das wäre schön, wenn du dir da ziehen würdest in dieser Aufnahme. Bei allem stell dir vor, du hast die Möglichkeit, die Karte wieder in die Hand zu nehmen. Das wäre übel. Was? Was ist das für eine übere Karte, ey? Was? Ja, gut. Ja, ich bin eh tot wahrscheinlich. Was ist immer noch verstohlen? Der ist noch nicht entdeckt worden. Jetzt die Mine? Nee. Ich bin eh tot, ich kann eh nichts mehr machen. Was? Spott? Was? Spott plus Eins? Wieso hast du das jetzt gemacht? Ich bin eh tot. Wieso? Du hättest mal einen grossen weg gemacht und hast dann eine Spottkarte gehabt. Ja und? Also mit dem, was ich in der Hand hätte, ist das nicht geschafft. Hast du eine Waffe mit 5 Angriff in der Hand gehabt? Ne 2-2. 5-5 habe ich ja gebraucht beim letzten Angriff. Ich hatte die Hoffnung, wenn ich dich runterhau und die Mine ziehst, aber leider hast du die Mine nicht gezogen. Jaina gegen Valera! Na gut, das ist eine Niederlage, das hat nicht so supersteck, das muss ich ein paar Mal testen. Dann kannst du sagen. Das ist doch schon. So, habe ich auch eine Karte eingebaut. Das mal so. Soll ich es? Ne. Ich darf die ja nicht, dass die Waffe funktioniert dann nicht, wenn ich die schon vorher in der Hand habe. Oh, danke. Ah, du hattest begonnen, ne? Ne, ich habe begonnen. Fall hoch! Portale aktiviert! Äh. Das war's. Das aber, die gefällt mir irgendwie nicht so. Genau deshalb nicht. Die kann ja verdammt schnell übel stark werden. Wir haben viele Geheimnisse. Ja, jetzt vermutlich, dass ich das kriege. Heimnis. Nein. Nein. Ja, komm, ich kann dich stehen lassen. Der wird mich sonst zu schnell und zu mächtig. Ja, ich glaube nicht, dass ich das nicht verstehe, weil es nicht endlich kommt, wenn ich mich nicht Ja, ich habe gerade eine ganz Doverkarte auf der Hand. Was war das für eine Karte, die du spielen wolltest? Ich gehe die nicht immer mehr zurück. Nein, weil ich sie ja annulliert habe. Oh, das ist geil. Oh, das ist doof. Ich will die Ecke etwas anderes aufheben, aber ich will die selbe Sonnütze. Gibt ja nichts. Ich kann nichts machen. Was ist denn das? Oh, das ist ein Sehbär. Oh, das ist eine starke Karte ohne Effekt und nichts, ey. Boah. Oh, yeah. Oh, ja, genau. Oh, da hast du kaum scheinlich ausgelöst, ey. Ja. Ich glaube, ich bin am Arsch. Ja, aber schön. Ja, genau. Ich glaube, ich bin am Arsch und hauen mir alle weg. Nein, eben nicht alle, leider. Aber was bringt mir das? Ja, aber den kann ich nicht aufhalten. Der haut mir sicher einmal auf die Schnauze. Es sei denn, ich ziehe die richtige Karte. Wett. Wie viel Armebots hast du, ey. Okay, falsche Karte gezogen. Ja, ich glaube, die Runde geht an dich irgendwie. Weil ich habe meinen ganzen Pulver verschossen. Oh, ich bin zu doof. Jetzt habe ich meine Waffe hier gemacht. Ah, mein Gott. Ich habe die ganze Zeit gehofft, dass ich eine bestimmte Karte ziehe. Sie kommt nicht. Ja, ja. Jetzt nütze ich mal wieder deine Mine auf den Augen zu. Ja. Boah, du schaffst es. Nee, ich schaffst es ganz knapp nicht. Und er ist rund um mich tot, wenn ich nicht das richtig jetzt ziehe. Bitte meinen Panzer. Bitte Panzer. Ja, ich weiß. Ich wollte mich nicht ziehen, bis hier. Nee. Eigentlich nicht mal deshalb. Scheiße. Das Problem ist, ich bin in der nächsten Runde tot. Trinkt mir jetzt einmal überhaupt nichts. Wenn ich dich jetzt nicht wegkriege, in einer Runde bin ich tot. Was? Ja, super. Das reicht ja nicht. Ganz knapp war es. Ganz knapp. Du hast jetzt wieder etwas, ich weiß nicht, nochmal zum Leihbau weg. Nö. Nee, doch nicht. Okay. So, ich sage, ich habe wirklich nichts aus der Hand. Das Problem ist ja bald kein Spot drin. Das ist mein Problem.